Hey, meine Rabauken, habt ihr schon mal in Mongas mit Waffen gesehen? Ja, aber nicht, wenn jeder eine Waffe hatte. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Episode. Lasst eine positive Bewertung, ein Abo da, Abfahrt. Soldat, Schießer auf andere Spiele, Abfahrt. Leute, wir sind in einer neuen Runde Mongas mit all meinen Freunden. Ich muss... Junge, den ersten knall ich direkt ab, Gambo, den hasse ich sowieso. Boom! Nein, ich hasse dich nicht, das war nur in dem Rausch. Junge Sophia, die hasse ich auch. Oh, ein Waldquark, Gambo hier. Ich hab nur noch 10 Schüsse. Nein, nein, oh nice, mir ist einer reingerannt. Ich hab den Kill nicht gekriegt. Ist ja bitter. Ja, Sophia, ich hab keine Booty mehr, ich kann mich nicht wehren. Nice. Oh, 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 ach Mann, ey, ich bin tot. Lugge Gambo kam, hat abgestaubt. Man muss killen, ach, Lugge hat mich fertig gemacht. Man muss killen, dann kriegt man Punkte, die seht ihr oben links. Alle 4 Minuten wechseln wir die Waffe, es gibt noch Sniper Rifle am Ende und so weiter. Man hat Granaten, habt ihr auch schon grad gesehen. Und es gibt eine Zone, wenn du da rein kannst, kriegst du Bonuspunkte. Das machen wir jetzt mal. Hier steht's. Tim! No! Ebu! Aber Tim noch erwischt wenigstens. Unglaublich. Ich hab keine Bulli. Oh mein Gott, wie unbricht. Alter, wie ass. Ey, man muss echt sparsam mit der Bulli umgehen. Aber es gibt ehrlich so eine Range bei der AK, in der man nicht killen kann, wenn man zu weit raus soll. Ja, ja, klar, safe. Junge, Laura rennt schon schießt um die Ecke, was sind denn das für Pro-Gamer-Moves, die die Leute ja abziehen. Da liegt ein Granate in die nur noch wahrscheinlich. Ja, ich will... Okay, ich hab erst zwei Punkte, ich bin voll Versager. Oh, lol, er hat mich auch... Nice, ich hab Double-Kill gemacht. Ich hab meine Punkte... Wurde gekillt. Von Laura natürlich, ich glaube, er hat zwei Millionen Punkte einfach. Sophia boostet sich die Punkte in der Zone. Also, ich will jetzt nicht... Dann kill sie doch. Ich bin am anderen Ende der Map, wie soll ich sie denn killen? Ach ja, ich hab dich ja gekillt. Ich hab grad deinen Namen gesehen, ich renn lieber weg. Wie macht sie so viele Punkte? Weil sie in der Zone ist. In der Zone. Double-Kill. Oh, wenn ich Tim jetzt auch noch wegrotze. Tim, wo schießt du denn hin? Bist du voll besoffen? Der hat auf Arbeit sich selbst Cocktails reingeschippert. Oh, Mann, ey. Ich hab da drei Kills gemacht und wurde gekillt. Oh, das ist okay. Doch, danke, Tim. Richtig. 28 HP, dann müssen wir schnell das... Schon wieder, Tim, nerv nicht. Das gibt es nicht. Boom. Ebro, Junge. Richtig, Logo? Nein, hab ich nicht. Ich hab keine Muni mehr. Nein, Ebro, bitte. Ich hab keine Muni. Doch, kill mich. Ich hab keine Muni. Danke. Elida. Was ist denn hier los? Ich will doch... Bitte, Laura. Ich... Oh, danke. Nein, Sophia ist da gespawnt. Hello. Ich krieg nie Zonenpunkte, nicht einen einzigen. Ja, ich auch nicht. Ich hab 28 Punkte und das sind 28 Kills. Waffe wechseln, auf... Ach, da kommt die Sniper. Nee, dann das Shotgun. Jetzt Shotgun. Shotgun? Shotgun. Junge, alter Tim. Ja, ich wollte gerade auf die Shotgun. Ja, sie hat gar nicht mehr Sniper weggerotten. Wurde einfach beim Wechseln erschossen. Wie kann man so hinterhertisch sein? Ebro, gib mir meine Farbe wieder. Vier Minuten sind rum, wir wechseln auf die Shotgun, Leute. Nächste Waffe. Hoffentlich läuft's damit besser. Bitte, Logo gönn mir. Oh, ich hab's so gut gehirrtet. Boah, schade, dann kam irgendwer um die Ecke. Ja, ich. Fück mit dir, Mann. Die Zone ist ja schon wieder weg. Ich hab keine Position. Alter. Jeder Schuss sitzt. Oh, Triple Kill. Also, ich will mich nicht pushen, oder so. Ey, Evo, du alte Sau. Du hast einen Kill-Cooldown, Tim. Also, äh, oh, gebrochen. Alter, hör auf da rumzustehen, Evo, da stehe ich. Neue Zone, wo? Ne. Ey, Marc. Ach, da oben, links. Ich krieg mir auch Schnauze, die ganze Zeit. Ach, da, ja. Ich hab's jetzt mal gesehen. Ben! Hi, Lieder, bitte! Endlich, rachern, Sophia. Wo ist Ben? Schil mal, Alter. Werde ich finden. Ich hab einfach keine Munition. Einfach trotzdem in der Zone bleiben. Oh, mein Gott. Warum? Ich versteh das Punktesystem nicht. Warum hat Sophia 160? Weil die immer in diesen Zonen rumcampt. Und du musst in der Zone alleine stehen. Ich camp gar nicht. Doch, du campst da. Bitte, bitte, das wär so ein wichtiger Kill jetzt. Ja, wichtig. Ich krieg trotzdem keine Zonenpunkte, weil ihr immer da drin rumgammelt, irgendeiner von euch. Moin, Ben. Ey, ich hab doch nicht einen einzigen Zonenpunkte beim Leben. Jo, was geht hier denn ab? Oh, ich hab mich selbst umgebracht. Ich geb Zonenpunkte, ich liebe mein Leben. Jo, Elina Spot in der Zone. Was ist denn das für ein gecheatet? Jo. Naja, wir haben uns beide gekillt. Tschüss. Ich hab keine Muni. Oh, Alter, da camp Gambo einfach. Ganz knappe, ganz knappe Nummer. Ja, Gambo. Elina, ich hab keine Muni mehr. Neue Zone gespawnt. Du hast keine Muni mehr? Hätt ich's genau neben der anderen Zone. Ja. Mann. Ich hab gut Punkte aufgewandt, gerade. Wenn du nervst so krass, ohne Witz. Sophia ist wieder in der Zone, gammelt hier wieder. Ne. Wie man sie kennt, ey. Bam, Tim. Von beiden Seiten. Links, rechts. Das ist eigentlich voll smart. Du, ich treff mich ein. Das ist übelst smart. Die outplayt uns anders. Ich bin hier nur unbeteiligt. Ich mach hier nichts. Man, ich krieg keine Punkte. Geht mal aus der Zone raus. Sowieso kriegt Sophia die Punkte in der Zone, obwohl ich vor ihr da drin stand. Die hat das Ding gehackt, oder so. Welcher Platz bin ich? Alter, Töten, du Glückspilz. Gibt es nicht. Bin bald hinten. Nein, Elina. Gib mir doch Munition ab. In 10 Sekunden Waffen wechseln, Leute. Endlich. Einmal tötig, Ben, noch mit der Shotgun. Ich hab mir ein Teiler gesetzt. Ja, oben. Acht. Oh, Elina, jetzt noch mal den Kiel richtig und richtig. Okay, 5 Sekunden Waffe wechseln. Ist eine Tech-9 oder eine 9mm? Nein. Junge Tim aus den We- Oh. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ich hab uns gegenseitig geholt. Jaja. Sehr schön. Wie kann man so nervig, ey? Ich will die Punkte doch nur. Du bist schon Erster. Ich bin gefühlt Letzter. Schon wieder? Schon wieder. Ich brauch ein Medkit. Ist ein Medbay ein Medkit? Und sogar wirklich. Ach ma, Tim! Kannst du mal woanders spawnen? Ah! Finally. spekulatius einfach dass die zone hierhin kommt jetzt neue zone die zone spawnt immer neben der helder da ist man nicht ich habe keine munition ich habe so viele punkte gemacht so viel ist unglaublich so viel hat 7000 punkte einfach da sieht man die 10.000 stunden mein kopf den wg wo ich muss zur neuen zone boom thema aus dem weg du lusche elina kämpft in der zone das stimmt ja nicht auf logo zusammen lina team lina ich habe keine muni mehr so ein dicker multi kill hier ich wollte so granaten schmeißen wichtig auf mein punkte konto hier nein geht raus aus der zone egal ich habe fast laura ein das war nein ich krieg keine punkte könnte mal rausgehen aus der zone ok da kein ding elina muss wissen früher und ich muss mein ganzes magazin immer von ballern um jemand zu gehen umher bin ein laura kennt hier das war doof das war doof ich hab dich so ob es genommen aber dann kam logo wieder der irgendwie ich hab dich nicht an das packt nicht an das packt nächste war sniper leute jetzt kommt direkt daneben geschossen jorge das ist ja wir haben uns nicht mal gesehen die waffel so p alter ich habe rausgesucht ja da war ja der rauch liebe scheiße ich bin auch auf armo nein jetzt das ist wichtig dass elina das ist so ein knappes battle zwischen uns ne aber ich hab voll daneben gleich schielt eigentlich ich hab wirklich nie glück in meinem leben in dieser zone ich hab durch die wandel lina einfach gekillt weil ich habe einfach rein in der reingeschossen das ist jetzt aber ein wall hack die bro jungen na egal ob ich die ich getroffen habe profi die ich war noch unsterblich ok scheiße ich bin doch die backen der gambo das sind viele punkte was ich mache immer gern war werde ich gekillt was du besser gesehen das spiel ist aber auch heute waffe du hast dich nicht bewegt und mein schuss hat nicht gehört wird die minute eigentlich nicht schon vorbei hallo ich habe gerade am meisten punkte kann 30 sekunden noch die laura kannst du mit waffen schießen aber die uhr nicht lesen ich habe hier keine stoppe ohne oben links aber haben wir denn dann da nicht einfach geguckt wegen den waffen machen wir doch die ganze zeit haben wir doch zehn sekunden kann ich noch wenig überholen kann mal jemand so via di dosen oder so ich bin voll weit hin warum 2 sekunden noch schnell kill doch zum glück ich war gar nicht knapp zweiter ich hoffe sehr ich hat's gefallen das war ganz knapp zweiter geworden es war so knapp mit laura ich hoffe ich hat es gefallen bis morgen und ich war auch vorloh